Einen fröhlichen 4. Dezember wünsche ich euch. Willkommen beim heutigen Adventskalender-Ding. Moment, mein Geschenk. Heute habe ich folgendes bekommen. Ultra cool. Und zwar, das nennt man irgendwie ein Kreditkarten-Multitool oder sowas. Hier, das ist die Kreditkartengröße. Und man kann halt damit alles mögliche machen, nicht wahr? Man kann. Vorsicht. Hier ist ein Messer. Zack, zack, zack. So ultra scharf und so. Hier eine Säge, dann eine Säge dran. Hier ist ein Flaschenöffner, ein Dosenöffner und andere Sachen. Das habe ich in meinem Geldbeutel drin. Wenn mich jemand angreift, kann ich ihn erstmal... Also hier ist noch ein Screwdriver auch. Wie heißt es? Dreher. Schraubenzieher. Schraubendreher. Wenn mich jemand angreift, kann ich ihm mit diesem Messer hier aufschneiden, also tot schneiden und dann damit zersägen. Mein heutiges Thema ist meine familiäre Situation und Wohnsituation. Einfach so, wie das so ist. Also, meine Eltern leben noch. Ich wohne im Haus meiner Mutter. Also meine Eltern haben sich irgendwann getrennt. Und meine Mutter hat dann daraufhin ein Haus gekauft, weil sie unbedingt schon immer ein Haus haben wollte. Und ja, in dem Haus leben meine Schwester und ich. Also wir haben jede separate Wohnung mit separaten Eingangstüren. Also sie wohnt im ersten Stock, ich wohne im zweiten Stock. Im ersten Stock wohnt mit meiner Schwester zusammen auch ihr Kind. Also meine Nichte, meine Nichte. Und hier oben im zweiten Stock wohne ich. Und oben der dritte Stock, das ist auch nochmal eine eigene Wohnung. Der ist, muss aber, ist noch nicht, muss man erst komplett neu machen. Also das ist doch, das ist wie so eine Abstellkammer da oben. So wohne ich. Ich wohne hier. Nur, dass ihr es wisst, natürlich in der fettesten Wohnung, klar. So viel Kreativität braucht natürlich auch seinen Platz und so viel Dreck und so viel Scheiß, den ich habe. Und ja, weil ich ultra cool bin, habe ich 100 Quadratmeter hier für mich alleine, verstehe ich. Aber man braucht das ja auch als junger Mann, als junger Mensch. Mein Vater hat dann nochmal geheiratet. Wir haben noch, ich habe, wir haben also noch sehr guten Kontakt mit meinem Vater. Der wohnt auch hier in Grünstadt und man sieht sich oft hin und her und seine neue Frau ist auch cool und alles, alles mögliche, alles cool. Äh, und sonst, Großeltern sowas sind bei mir alle gestorben. Also bei mir sind alle sehr alt schon. Ich bin auf die Welt gekommen und da war meine Mutter schon, war für sich 40 oder sowas. Oder 30. Wie alt ist er denn jetzt? Ich weiß es nicht genau. Das ist auch so eine Sache, ich weiß keine Geburtstage und wie alt die Leute sind, weiß ich alles gar nicht. Ja, als ich auf die Welt kam, hat Oma und Opa haben dann praktisch gerade noch so gelebt. Und ja, wobei in meiner Familie die Leute eigentlich recht alt werden, also zumindest auf der Seite von meinem Vater. Meine Oma ist, glaube ich, mit 96 oder 97 gestorben und mein Opa mit 94. Aber wie gesagt, da ist alles schon hinüber. Letztens habe ich mit meinem Vater kurz gesprochen, er hat gemeint, er ist der Nächste, danach bin ich dran, also mit dem Sterben. Das ist die familiäre Situation. Meine kleine Madame will natürlich nicht genannt werden, aber natürlich habe ich eine Freundin. Und wir haben keine Kinder. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge, Mause, ich mache extra noch ein ganzes Video über sie. Obwohl sie es gar nicht will. Ich kann nicht den Kram hier runterschmeißen. Genau so ist es. Ich habe vorhin voll viel überlegt, was ich sagen könnte. Das habe ich alles vergessen, jetzt scheißegal, ich will keinem einkaufen. Mit meiner Schneck. Habt ihr doch schon Geschenke gekauft? Kauft mal eure ganzen Geschenke und sowas. Kauft mal alles ein, bevor ihr am Schluss wieder rumhudelt. Ich kenne euch doch. Am 25. nochmal alles schnell einkaufen und sagen, ja, ich dachte, heute wäre der 24. Ja, 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 das mache ich auch oft, aber dieses Jahr nicht. Gut, gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.